Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Heute reden wir über ein Thema, das ziemlich wichtig ist und zwar entzündungshemmende Lebensmittel bei Schuppenflichte. Vielleicht hast du schon mal von Interleukin 6 oder auch Interleukin 8 gehört. Das sind einfach entzündliche Zytokine, man sagt auch Botenstoffe, die eine Entzündung einleiten in deinem Immunsystem. Und die sind bei vielen Krankheiten wirklich im Zentrum und so auch bei Schuppenflichte. Keine Sorge an der Stelle aber, es gibt Lebensmittel, die helfen können, diese Entzündungen zu senken und damit ein Stück weit die Probleme in deinem Körper, die kommen dadurch, zu reduzieren. Also lass uns am besten gleich loslegen. Fangen wir an mit Fisch. Das ist unter anderem Lachs oder Makrele zu schulden, zu verdanken eigentlich, um sozusagen, dass die Entzündungen runtergehen, aber auch Sardinen oder auch Hering. Und dadurch bekommst du nämlich eine gute, ordentliche Portion an wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Und das sind einfach gute Fette, die wirken entzündungshemmend und können die Produktion von Interleukin 6, aber auch von Interleukin 8 senken. Also öfters mal Fisch auf den Teller und dann machst du auf jeden Fall vieles richtig. Ich komme später nochmal genauer auf diese zwei Entzündungen zu sprechen. Lass uns aber weitermachen mit den nächsten Lebensmitteln und zwar Nüsse und Samen. Sowas wie Walnüsse, Chiasamen, aber auch Leinsamen. Die sind super geeignet, also sind sehr gute, ergiebige Quellen für auch Omega-3-Fettsäuren, aber auch Antioxidantien. Und die helfen ebenfalls dabei, die Entzündungen zu reduzieren. Also einfach ein paar Nüsse als Snack jeden Tag, so eine Handvoll, ein bisschen Chiasamen in den Smoothie zum Beispiel. Also eine super einfache Geschichte, ist nicht mit viel Zeitaufwand verbunden. Wir machen gleich weiter mit Beeren, sowas wie Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Die sind nicht nur lecker, so als kleiner Snack für zwischendurch, als kleine Erfrischung, sondern die sind auch reich an Antioxidantien ebenfalls, aber auch Polyphenolen. Und die wirken auch entzündungshermend. Also auch perfekt mit dem Joghurt geeignet, so ein Naturjoghurt mit ein bisschen aktiven Bakterienkulturen. Oder auch einfach, keine Ahnung, abends vorm Schlafen gehen. Im Sommer ganz gut geeignet, um den Körper ein bisschen runter zu kühlen vorm Schlafen gehen. Dann geht es aber auch schon weiter. Grünes Blattgemüse, sowas wie Spinat, Grünkohl, Mangold, das sind auch echte Vitaminbomben und sie enthalten auch viele Antioxidantien. Und die helfen ebenfalls dabei, Entzündungen zu bekämpfen. Also warum nicht einfach ein grüner Smoothie am Morgen, so als, keine Ahnung, ein bisschen Abwechslung, um die mal ein bisschen reinzubringen. Vielleicht mal eine Idee für dich, um das mal auszuprobieren. Oder sowas wie natives Olivenöl, das ist auch eigentlich ein richtiger Alleskönner. Enthält Oleokantal, das ist eine Verbindung, die ähnlich entzündungshemmende Eigenschaften hat, wie bestimmte Medikamente zum Beispiel. Und das kannst du einfach verwenden zum Kochen oder für deinen Salat, auch wirklich lecker und vor allem auch gesund. Vor allem auch wegen dieser Ölsäure, Omega-9-Fettsäuren, das ist einfach nur Ölsäure. Oder aber Tomaten, die sind reich an Lycopin, Lyzopin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Starkes Antioxidant tatsächlich, ist auch gut entzündungshemmend, super geeignet im Salat oder in der Soße vielleicht. Oder einfach mal so frisch als Tomate für, ja, zwischendurch mal mit ein bisschen Salz vielleicht. Und dann möchte ich weitermachen mit etwas, was du bestimmt schon kennst, durch die Recherchen einfach mit Schuppenflechte. Kurkuma zum Beispiel, ist sehr stark entzündungshemmend und das kann die Produktion von Interleukin-6, aber auch Interleukin-8 sehr gut senken. Einfach mal ausprobieren, es gibt ja sowas wie die goldene Milch zum Beispiel mit Kurkuma oder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu deinem warmen Gericht einfach als Gewürz ein bisschen drüber streuen. Auch eine super Geschichte. Und dann kommen wir zu einem sehr alten, sehr guten Mittel und zwar Knoblauch. Auch Schwefelverbindungen, ist sehr gut entzündungshemmend, kann sogar Schwermetalle bis zu einem gewissen Grad ein bisschen binden und deinem Körper dabei helfen, das besser auszuleiten. Und wenn du dich schon mit Knoblauch beschäftigt hast, dann kennst du mit Sicherheit auch schon diese Idee mit Ingwer. Das enthält Gingerole und auch andere Verbindungen, die Entzündungen reduzieren können. Ingwer selbst, da konnte man nachweisen in wissenschaftlichen Arbeiten, dass es die Spiegel an Interleukin-6 hemmen kann, reduzieren kann. Dann aber auch TNF-Alpha, Tumor Nekrosefaktor Alpha, kennt man unter anderem auch aus Biologicals, sowas wie zum Beispiel Humira. Ja und das ist auch wirklich sehr gut antioxidativ, sowas wie auch grüner Tee, da sind gute Verbindungen enthalten, die auch entzündungshemmend wirken. Und ja, last but not least, das ist mein persönlicher Favorite, esse ich sehr oft und zwar Brokkoli und der enthält Sulforafan. Generell sind viele gute Senföl-Verbindungen, also man sagt Senföl, Senföl, kleiner Zungenbrecher, Senföl-Glucoside enthalten. Die sind wirklich sehr wichtig für den Körper und das tut ihr auf jeden Fall sehr gut. Definitiv mal ausprobieren. Sehr gedünstet oder blanchiert, so wie ich es am liebsten mache, also kochendes Wasser, sprudeln kochendes Wasser mit viel Salz. Und ja, ansonsten kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen auf 20 Kilo Körpergewicht, 1 Liter Wasser, möglichst wenig Zucker, weil es Entzündungen sehr stark fördert. Es ist nicht sehr förderlich für deinen Blutzuckerspiegel, auch ein sehr heißes Thema bei uns Leute mit Schuppenflechte, weil wir auch einem höheren Risiko ausgesetzt sind für die Entwicklung von Diabetes. Und das war es fast schon. Ich will zum Schluss noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Die Schlüsselrolle bei Schuppenflechte, auch wenn es jetzt schon ein bisschen fortgeschrittene Informationen sind, aber sie werden dir definitiv dabei helfen auf deiner Reise, um die Schuppenflechte irgendwie in den Griff zu bekommen. Eine Schlüsselrolle, was die Entzündungen angeht, ist Interleukin 17. Dadurch, dass Interleukin 17 ausgeschüttet wird, wird auch gleichzeitig im Immunsystem immer dieses besagte Nummer 6 und Nummer 8 ausgeschüttet. Ich nenne es jetzt einfach mal Nummer 6 und Nummer 8 mit den Begriffen selber, wenn dir das zu viel fachchinesisch ist, dann hoffe ich, dass ich dich damit nicht so mental überlade mit Informationen, die dich gar nicht interessieren. Deswegen einfach Nummer 6, Nummer 8. Und das sind tatsächlich Entzündungen, die das Risiko für Gelenkschmerzen erhöhen. Dadurch entstehen Gelenkschmerzen zusätzlich, dadurch hast du auch ein erhöhteres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, unter anderem sowas wie Atherosklerose. Es kommt daher, dass Plaques sich nicht nur auf deiner Hautoberfläche abbilden, wo du siehst, sondern Plaques können sich tatsächlich auch durch diese erhöhten Interleukin 6-Spiegel in deinen Blutbahnen, in deinen Blutgefäßen ablagern. Somit quasi den Durchfluss hemmend stören, der Blutdruck steigt dadurch, die Blutgefäße verängern sich. Und das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre andauern kann, ehe du wirklich merkst, dass etwas nicht stimmt, bis es dann vielleicht irgendwann zu spät ist. Soll jetzt nicht irgendwie ein Mittel, ein Weg sein, dir Angst zu machen. Es ist aber trotzdem wichtig zu verstehen, dass wir Leute mit Schuppenflechte bewusster mit diesem Thema umgehen sollten. Und daher einmal diese Auflistung an Lebensmitteln, die du sehr gerne in deinen Alltag integrieren kannst, wenn du das möchtest. Ich lege es dir wirklich wärmstens ans Herz. Wenn ich mich entscheiden müsste für eine Sorte an Gemüse, definitiv Brokkoli, weil es hat ein sehr breites Spektrum an vielen, vielen Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen. Es wirkt auch vorbeugend gegen Krebs. Das kommt alles von diesem Sulforaphan, aber auch von diesen anderen Glucosinolaten, die sehr gut sind für den Organismus, für deine Darmflora auch tatsächlich, für dein Immunsystem. Eine sehr gute Zinkquelle und nicht zuletzt auch deshalb vorteilhaft, weil es dabei hilft, den Testosteronspiegel aufrechtzuhalten. Es ist einfach ein Thema für uns Männer vor allem, weil Testosteron stärkt dein Immunsystem. Es gibt dir mehr Kraft, du fühlst dich dadurch vitaler, deine Infektionsanfälligkeit sinkt dadurch. Es gibt unzählige, viele Gründe, die dafür sprechen, regelmäßig Brokkoli zu essen. Schau dir gerne dazu auch andere Content-Pieces an, die ich hier habe auf meinem Kanal dazu, wo ich wirklich immer wieder darauf zu sprechen komme, wie wertvoll Brokkoli ist. Und eine Sache muss ich dazu noch sagen. Ich hatte vorhin sowas wie zum Beispiel Tomaten erwähnt. Das ist einerseits ein Problem, weil es ein Nachtschattengewächs ist, das heißt, es provoziert eigentlich so ein Stück weit Gelenkschmerzen. Das heißt, wenn du eh schon anfällig dafür bist, du vielleicht diesen positiven Gen hast, dieses HLA-B27-Protein, vielleicht wurde das mal nachgewiesen in deinem Blut, und du vielleicht schon ein bisschen anfälliger bist für Nachtschattengewächse, dann solltest du es vielleicht vermeiden. Ein anderes Thema, wo es schwierig werden könnte, Thema Infektionen oder auch Verstärkung des Juckreiz. Das ist ein ganz gängiges Thema bei uns Leuten mit Schuppenflechte. Juckreiz, es raubt dir den Schlaf, es raubt dir die Konzentration, es ist einfach eine Belastung im Alltag, machen wir uns nichts vor. Das war für mich damals auch ein sehr heißes Thema, dieser Juckreiz, wo ich nachts aufgewacht bin und mich irgendwie blutig gekratzt habe oder sowas. Das kann eine Darmflora, die eh schon zu viel Histamin produziert, zusätzlich befeuern und das möchtest du nicht. Das heißt, Tomaten dann weglassen und wenn du jetzt nicht ganz genau weißt, ist Histamin bei dir ein Problem oder gibt es vielleicht andere Sachen, wo du dir nicht erklären kannst, warum du öfters diese Infektionsanfälligkeit hast, warum du öfters mal krank bist, schlapp, antriebslos und so weiter und so fort, dann sollten wir da definitiv mal im Detail darüber sprechen, weil ich konnte in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten schon bei vielen anhand eines Stuhltests durch die Darmflora, also durch einen Stuhltest, was ins Labor geschickt wurde, ausgewertet wurde, sehen, dass immer etwas nicht gestimmt hat mit der Darmflora. Das siedelt sich immer noch in diesen 20% an, der Gesamtlösung, um die Schuppenlechte in den Griff zu bekommen. Trotzdem darfst du es nicht unterschätzen, weil es sehr viel Einfluss nimmt auf die Wirksamkeit bestimmter Medikamente. Du wirst früher oder später in den Genuss wirksamerer Medikamente kommen, wenn das bei dir der Fall ist, wenn du bei einem Arzt bist, wo du merkst, dass es langsam vorwärts geht. Und da hilft es definitiv, an diesen letzten 20% zu arbeiten, unter anderem, indem ich dir diese Liste mitgegeben habe, diese Auflistung, das sind immer diese 20%. Die wirklich effektiven, wirksamen 80%, die dir für den Anfang erst einmal deine Schuppenflechte quasi wegzaubern, ich nenne es jetzt mal einfach so, da musst du einfach an den richtigen Arzt kommen, wenn das nicht der Fall ist, wenn du es satt hast, dich immer wieder abspeisen zu lassen von deinem Dermatologen, der dich immer nur vertröstet mit Cortison, mit Enstila, Schaum zum Beispiel oder mit irgendwelchen Cremen, die er dir empfiehlt, die immer aufzukremen, irgendwelche fetthaltigen Cremen mit Urea vielleicht, noch sowas wie Linola oder wenn du es satt hast, jeden Monat wirklich 50 bis 150 Euro auszugeben für Cremen, die du seit Monaten nutzt, die aber nicht wirklich einen Vorteil bringen und du aber sonst keine andere Möglichkeit bis jetzt hattest oder nicht in den Genuss gekommen bist, von wirksamen, besseren Medikamenten, weil du bei deinem Arzt nicht zufrieden bist und wenn du auch keine Lust mehr hast, monatelang zu warten auf einen Termin, der 5 Minuten dauert, bei dem du einfach das Gefühl hast, du kommst nicht vorwärts, wo der Arzt dir nicht mal in die Augen schaut, wo der Arzt die ganze Zeit nur irgendwo am Schreibtisch in irgendwelche Unterlagen guckt und du eigentlich gar nicht das Gefühl hast, dass er dich ernst nimmt, du dich nicht gut aufgehoben fühlst, das ist der Moment, wo du dich dann bei mir melden solltest, weil dann sollten wir mal ernsthaft darüber sprechen, ob und wie ich dir dabei helfen kann, wirklich systematisch mit einer Methode an die Ärzte zu kommen, die spezielle Kenntnisse haben und die auch eher gewillt sind, dir mit effektiven Systemtherapien dabei zu helfen, die Schuppenflechte in den Griff zu bekommen, weil das ist ein Thema in Deutschland, du darfst nicht außer Acht lassen, wir haben circa zwei, vielleicht sind es zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland mit Schuppenflechte und wir haben einfach nicht so viele Dermatologen, geschweige denn Dermatologen in Deutschland, die auch wirklich nachweisen können, dass sie spezielle und wirklich hilfreiche Kenntnisse haben, wo sie Menschen mit Schuppenflechte helfen können. Es gibt diese Ärzte trotzdem und diese Ärzte, da gibt es trotzdem welche, die schicken nicht wieder weg, weil die überlastet sind einfach in der Praxis mit zu vielen Schuppenflechte Patienten und dementsprechend zum einen mit der Dokumentationspflicht vielleicht nicht hinterherkommen oder sich diese Arbeit bei vielen sparen möchten, einfach weil es viel Aufwand bedeutet, aber auch weil sie in Gefahr sind, irgendwann Regresszahlungen leisten zu müssen, weil ihnen durch die Krankenkasse, genauer genommen durch die Kassenärztliche Vereinigung, Behandlungsfehler nachgewiesen werden und das kann wirklich sehr weitreichende finanzielle Folgen für den Arzt mit sich bringen und das ist etwas, was ich mit meiner Arbeit als Coach, als Berater adressiere. So habe ich es auch schon geschafft, bei einem meiner Klienten als Beispiel, um jetzt mal Einfall zu nennen, bei einem Arzt unterzukommen, bei einem Dermatologen unterzukommen, in den letzten zehn Minuten vor Schließung der Praxis für den Tag, bevor er Feierabend machen wollte und da meinte der Arzt, eigentlich habe ich schon genug Schuppenflechte Patienten, ich nehme sie jetzt aber trotzdem auf, ich mache eine Ausnahme bei ihnen und da hat kurze Zeit später wirklich und auch natürlich durch eine sehr gute Vorbereitung, weil wir schriftlich sehr viel im Vorfeld aufgearbeitet haben und viele Dokumente schon im Vorfeld aufgegriffen haben, die Vorbereitung war einfach sehr gut und da hat kurze Zeit später eine Systemtherapie angefangen und ja, der ist jetzt fast erscheinungsfrei, mein Klient und mehr dazu siehst du auch in den Fallstudien auf meiner Webseite, geh dazu gerne auf schuppenflechtecoach.com slash Fallstudien, da siehst du diese Fallstudie auch auf der Startseite selbst, also einfach auf schuppenflechtecoach.com da siehst du dann auch einen Auszug davon und kannst dich mal genau beschäftigen mit der Arbeit, die ich verrichte und wenn du dann mehr dazu wissen willst und auch wirklich mal im Detail über deine Situation sprechen willst um diese Hindernisse eventuell gemeinsam mit mir zu überwinden, dann trag dich gerne mal ein für ein kostenloses Erstgespräch bewirb dich dazu, du findest ein paar Fragen auf der Webseite, kurze Zeit später melde ich mich bei dir ich rufe dich ein paar Tage später an, um mit dir über deine Situation zu sprechen und dann werden wir wirklich sehr unkompliziert und sehr direkt herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann deine Schuppenpflicht in den Griff zu bekommen in dem Sinne, probier auf jeden Fall diese Lebensmittel aus, binde sie ein in deinen Alltag denk daran, es gibt ein paar Lebensmittel, was das Histamin angeht also das fördert ja so ein bisschen mehr die Allergien, Infektionen, Entzündungen und so weiter, Juckreiz dass das vielleicht ein Problem sein könnte, deswegen lass das vielleicht teilweise weg und ansonsten können wir da gerne auch im Detail drüber sprechen und genau, das war's von mir, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich wünsche noch einen angenehmen Tag, bis bald, dein Dern